Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende von Millionentur. Bevor wir zum Tech gehen, machen wir erstmal eine kleine Abfrischung, ne? Das darf ich doch, oder? Sonst würde es hier nicht drin stehen, ne? Auch wenn der Frisurgleich wieder offen ist. Das hat gut getan. Also ich finde diese Frisur passt richtig besser als die anderen. Fangen wir jetzt auf einmal wieder auf. Tech, was gibt es heute? PrinzessinBeach, ich bin zu einem Entschluss gekommen. Einem Entschluss? Ob ich den Befehl befolge, oder dir alles sage. Und woran ich glauben soll. Tech, was ist los mit dir? PrinzessinBeach, du musst so schnell wie möglich von hier fliehen. Fliehen? Was ist denn los? Und warum so plötzlich? Habe die letzten Daten analysiert und etwas Schreckliches. Ich habe Cruzius' Pläne vollständig durchschaut. Cruzius' Pläne? Und ich weiß jetzt auch, warum du hier gefangen gehalten wirst. Und zwar weil... Was? Ich soll? Dies sind die Tatsachen. Deshalb musst du sofort von hier fliehen. Aber wie könnte ich denn? Wo sind wir hier überhaupt? Keine Geheimnisse mehr. Ich werde dir alles sagen. Der Ort, an dem du verstöpft wurdest. Dies ist der Mond. Der Mond? Du meinst, der Mond, der oben am Himmel steht? Korrekt. Aber wie soll ich dann von hier überhaupt fliehen? Ausweg vorhanden. Flucht ist möglich, wenn du meine Anweisungen befolgst. Aber darfst du das denn? Das ist wichtig. Sicherheit der Prinzessin ist oberste Priorität. Ich bin hier der Computer. Solange ich schweige, wird niemand deine Flucht bemerken. Ich bin nicht in Gefahr. Aber du musst so schnell wie möglich fliehen. Gut. Verstanden. Aber vorher möchte ich Mario informieren. Schließlich geht die Sache nicht nur um mich an. Verstanden. Das Spiel ist aus, Prinzessin. Sie. Tag, hast du wirklich gedacht, du könntest mich täuschen? Herr General, ich... Ich hätte nie gedacht, dass dein Computer mich verraten würde. Nun, egal. Der Schlimmste konnte ja noch verhindert werden. Was haben sie vor? Wenn dein Computer verrückt spielt, hilft nur eins. Dem Strohen ausschalten und fehlerhafte Daten und Programme löschen. Natürlich auch die Erinnerung an dich, Prinzessin. Wir müssen schließlich dafür sorgen, dass so etwas nie wieder vorkommt. Ich... Alle Funktionen stehen zur Verfügung. Hey ihr beiden, drückt gleichzeitig die roten Knöpfe neben dem Computer. Zu Befehl. Tag. Nachricht verschickt. Prozessin, Peach. Formatierung beendet. Tag. Zu schade, Prinzessin. Tag existiert nicht mehr. Sie, was haben sie getan? Prinzessin, du hast jetzt keine Zeit, um an Computer zu betrauern. Für dich geht es jetzt, eine viel wichtige Rolle zu übernehmen. Hä? 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 Bowser. Keine Sternenjuwelen, keine Prinzessin Peach. Und dann noch dieses Desaster im Düsterdorf. Was ist eigentlich los? Wenn das so weitergeht, kriegt Mayro wieder alles und ich gehe leer aus. Euer Trübsinnigkeit. Ich bringe gute Neuigkeiten. Unsere Spione haben mysteriöse Katakomben entdeckt. Sehr, sehr rätselhafte Katakomben, die in keiner Karte verzeichnet sind. Das garantiert irgendwas. Hm, alle Achtung, diesmal werden wir auf jeden Fall etwas finden. Ehrlich gesagt, die Hammerbrüder haben bereits eine Expedition gestartet. Aber ihr Vorstoß ist etwas in Stocken geraten. So, so, führe mich zum Eingang der Katakomben. Ich werde ganz massiv vorstoßen. Luigi. Hm? Komisch, dachte ich, hier wäre jemand. Auf geht's. Jeder tut endlich Leben. Ja, ich darf. Und nochmal. Ich wollte mich doch nur zur Seite drehen. Ich werde jetzt ab. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Sorry, äh, oder nicht jetzt? Easy, first try. Einen Trainingsraum. Eure Trittfestigkeit, Wasser im Vorstoß, das war ganz meisterlich. Hm, schon gut, aber irgendwie unbefriedigend. Aber abgesehen davon, wo sind wir hier eigentlich? Seht nur eure Rastlosigkeit da hinten an der Wand. Ja, das ist eins. Das muss eins von diesen Sternjuwelen sein. Ende, endlich sind unsere Bemühungen erfolgreich. Greifen wir uns das Sternjuwelen. Halt mal. Wer bist du denn? Äh, sag nicht, dass ihr Aurolius schon vergessen habt. Oder, oder was? Na, erkennt ihr mich jetzt? Ihr habt es also geschafft, in meinen geheimen Trainingsraum einzudringen. Dabei habe ich sogar den Schwierigkeitsgrad erhöht. Wegen diesen Ungeziefer, das sich in der Anlage angesiedelt hat. Beachtliche Leistung, aber passt trotzdem auf. Mein Meistergurt bekommt ihr nämlich auf gar keinen Fall. Hehehe, was ist denn das für ein mickriger Käsekrähe? Mickrick? Du? Passt auf ihr. Attacke! Oh. Oh. Hehehe. Verlass alles, was so ein Mickerling. Das Sternjuwel. Aber... Es ist zerbrochen. Eieiei, so ein... Aber... Eure Sprachlosigkeit? Das ist nur aus Glas. Eine Fälschung. Was sagst du? Das Original hat Bamba Luigi. Bamba Luigi? Ich kenne keinen Bamba Luigi. Sei Mist. Und ich habe die Sternjuwelen immer noch nicht. Tja. Wir sind halt eben die Besten. Mario, die Mail ist bestimmt von Prozessin Peach. Mario, ich weiß jetzt, wo ich verskypen werde. Ich bin auf dem Mond. Auf dem Mond, der im Nachthimmel zu sehen ist. Und ich habe noch etwas viel Schlimmeres erfahren. Um den Dämonen wieder zu beleben, wollen die Gangster mich... Mond? Prinzessin Peach ist auf dem Mond? Und die Mail hört mittendrin auf. Ihr wird doch nicht zugestoßen sein. Wir müssen uns beeilen. Wie geht es dir, Mario? Ich bin es, Diana aus Düsterdorf. Danke, dass du einige meiner Erinnerungen mit mir geteilt hast. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Ich kann zwar immer noch nicht vergessen, aber ich denke, dass die traurige Vergangenheit mit der glücklichen Gegenwart verbunden ist. Aber man darf nicht so viel nachdenken. Die Kinder spielen und sind gesund und ich habe jeden Tag viel Spaß mit ihnen. Wenn du in der Nähe bist, komm doch noch einmal vorbei. Die Kinder würden sich freuen. Ich bin creepy. Was für eine Zukunft man wohl mit einem Kompass hat? Ich muss das unbedingt herausfinden. Steht dir vor, der Wunderkompass. Ich habe schon wieder einen Teil gefunden. Diesmal war ich bei einem Ruin des Kometenpalastes. Dieses Abenteuer war... Naja, was soll ich sagen? Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings etwas... Eine längere Geschichte. Also, das ist eine lange Geschichte. Tief im Sagenwald finde ich endlich den Kometenpalast. Ich betrete die Ruine und innen alles schneeweiß. Du meinst jetzt nicht zu, vielleicht den Kristallpalast? Es ist fast so, als würde man durch den Weltraum schweben. In einem Zimmer sitzt ein Jüngling. Er scheint ganz allein zu sein. Und als ich mich ihm nähere, taucht plötzlich dieses Wesen auf. Das Wesen stellte sich mir vor. Creepy, so nannte es sich. Der Name des Jünglings lautet Windross. Klingt wie ein Pokémon-Name. Er wartet darauf, von einem Besucher geweckt zu werden. Von einem Besucher, dem man seine Aufgabe übertragen kann. Ich fange an, mich nach dem Kompassteil umzusehen. Natürlich leise, ich will diesen Windross ja nicht wecken. Aber dann juckt auf einmal meine Nase und ich musste niesen. Und davon wacht dieser Windross dann auf. Er sieht mich an, er lächelt und dann beginnt er zu erzählen. Er erzählte mir viele Dinge, die ich bis dahin nicht wusste. Windross ist der letzte Überlebende des antiken Volkes der Mystralia. Und er hat tausend Jahre lang das Kompassteil bewacht. Mit dem Wunderkompass aber kann man in die Zukunft sehen. Und das Volk von Mystralien hat damals die Welt beherrscht. Welt der Macht des Wunderkompasses. Aber dafür traf die Mystralia auch der Fluch des Kompasses. Und so ging ihr gesamte Kultur unter. Windross aber zerbrach den Kompass in sieben Teile. Um zu verhindern, dass sich so eine Tragödie noch einmal ereignet. Er selbst bewachte die ganze Zeit über eins der Kompassteile. Und die ganze Zeit wartete er auf jemanden, der ihn erlösen würde. Dann gab mir Windross das Kompassteil und verschwand im Nebel. Und das Kompassteil zeigte mir den Weg zu meinem nächsten Ziel. Zum Zornesturm, weit im Norden. Das sollte also mein Ziel sein. Ich spürte Eclairs Stimme stärker als jemals zuvor. Ich werde die Prinzessin befreien. Und dann. Und dann. Entschuldige, ich habe mich wohl ein wenig aufgeregt. Jedenfalls kommt jetzt die Vorbereitung auf den letzten Kampf. Dafür bin ich nach Rolingen gekommen. Und hier bin ich jetzt. Soll ich noch was erzählen? Nein. Ich spreche mich einfach an, wenn ich dir von meinem Abenteuer überwichten soll. Machen wir. So, ich würde mal sagen. Wir geben zuerst ein Sternenjubel ab. Geben dann höchstwahrscheinlich zum Professor. Und dann machen wir die Nebenmissionen. Nee. Nichts Spannendes für mich dabei. Apropos. Apropos. Du hast den Ultrahammer bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Damit ist die Angriffskraft deines Hammers noch größer geworden. Außerdem kannst du den Hammer jetzt auch anders benutzen. Üben wir es doch mal. Es ist ganz einfach. Genau. Wieder super. Wenn du B gedrückt hältst und L drehst, verdreht sich dein Körper. Lässt du B los, kannst du den Ultrahammer benutzen. Es ist wichtig, dass du lange drehst, bevor du B loslässt. Ist doch genauso gleich, oder nicht? Super, das hast du toll gemacht. Hast du die Steuerung im Griff? Ja. Sehr gut. Du beherrst den Ultrahammer jetzt also perfekt. Mit dem Ultrahammer kannst du auch diese Gesteinsblöcke zerstören. Bei kleinen Objekten reicht es, ihnen normal zu schwingen, aber bei größeren hilft nur die neue Methode. Oh, ich weiß jetzt wo. Natürlich kannst du den Ultrahammer auch im Kampf benutzen. Weißt du, es ist so schade, aber... Dies war vorerst unser letztes Treffen. Rettet Prinzessin Peach. Viel Glück bei deinen Abenteuern. Oh, tut das, ist traurig. No. War mal zu Dad. Wollte sie nicht traurig machen. Ja, lief ja wunderbar. BP Plus erhalten. Okay. Auf zu hier ohne Tor. Ich muss dich gegen jeden Gegner kämpfen, ne? Oh. Wow! Das ist eine schöne Sterbenfarbe. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternenjuwels eingetragen. Oh, was kann das denn bedeuten? Das heißt, der Sternenjuwel ist, aber wie kann das sein? Wenn der Eintrag auf der Karte stimmt, befindet sich das letzte Sternenjuwel. Auf dem Mond. Natürlich. Und Prinzessin Peachy ist auch auf dem Mond, klingt sehr verdächtig. Hm, das Polymer ist nur, wie kommt man zum Mond? Ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, aber... Ich kann versuchen herauszubekommen, wie man zum Mond gelangt. Es kann allerdings etwas dauern, komm bitte später wieder. Hey Schnauzbarte, echt cool, dass du meinen Doppelgänger entlarvt hast. Danke, gute Arbeit. Naja, Stars wie ich sind an so einem Ärger schon gewöhnt. Aber das kannst du dir sicher denken. Echt easy, dass ein normaler Widow sich in Gefahr begibt, um einen Doppelgänger zu schnappen. Mein nächster Film wird Hot Swinger 2 sein. Ich bin gerade auf dem Weg nach Tautown für die Außenausnahmen. Stars haben es halt auch nicht leicht, Kumpel. Du bist wohl so eine Art Abenteurer, also merk dir das. Das Leben ist ein Kampf, also tu dein Bestes, um zu gewinnen. Viel Erfolg, Star Tee Original Superstar. So, Suchauftrag, Zahlencode, Buchsuche. Ich habe den Zahlencode für meine Aktentasche vergessen. Wenn er mir nicht wieder einfällt, werde ich gefeuert. Ich warte vor dem Hot Rock Start in Falkenheim, bitte hilft mir. Okay. Muss ich wieder mit Hammer drauf rauen. Jetzt kann man ja auch wieder die Abkürzung benutzen. Und die nächste muss jetzt auch freigeschaltet werden. Okay. So, jetzt bin ich hier. Det ist doch wirklich... ...und ich bin. Winz? Oh. Okay. Okay. Oh. Okay. Und ich bin, wenn ich. Oh. 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 das klingt aber so als wäre das unser mäuschenfreund was soll ich noch tun oh du bist doch du hast meinen auftrag angenommen also ich habe den zeilenkorb für meine aktentasche vergessen darin dass ein sehr wertvolles neues produkt meiner firma wenn ich den code nicht herausfinde werde ich noch gefeuert wegen dem zahlencode du musst wissen ich liebe stühle und für den code habe ich die anzahl der stühle in den häusern benutzt die ich auf mein dienstreisen besucht habe ich bitte dich daher die betreffende ordnung die anzahl der stühle zu prüfen der zahlenkorb besteht aus 40 ich würde ihnen nun sagen wo du die stühle zählen muss ist doch einfach oder für die erste ziffer zähle die stühle in kupios haus warte kurz ich hole mal was zum bei brauche ich nicht ich kann ja auch einfach hier die notizen app benutzen das ist ja kein problem falls es mal kurz leckt tut es mir leid so erste ziffer hubius haus zweite ziffer für die zweite ziffer zähle die stühle im haus von arona im wunderwald für die dritte ziffer zähle die stühle in alp palmosboro im rohlingen vierte ziffer für die vierte ziffer zähle die stühle im haus von palianti im bankklimmerich achja bei briantel habe ich auch den gartenstuhl mit gezählt das wäre alles entschuldige dass ich dir solche mühe bereite kein problem ich hoffe es hat ja nicht allzu viel geleckt ich würde mal sagen wir machen erstmal die erste ziffer ich war ein kupios haus 1 2 ok Okay, zwei Stühle. Okay, ich habe jetzt gerade eine ziemlich hohe CPU-Leistung. Okay, geht wieder runter. Aber nicht so, wie ich es gerne haben wollte, deswegen... Gehen wir jetzt mal zu Arona, in der Hoffnung, dass sich das wieder beruhigt. Ja, es geht wieder runter, okay. Mehr oder minder. Der Weg wird jetzt ein bisschen länger sein. Ich würde mal sagen, wir machen noch diesen Code und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Oh, hier ist nochmal ein Händler. Ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Ich weiß nicht, ich brauche das gar nicht zu machen. Ich muss ja mal in die Röhre rein. Ich würde mich jetzt nicht an주ieren. Danke, dass ich gerne in den Händen den Händen gibt. Dann haben wir jetzt noch einen Händler. Und ich muss sie mich mit ihr sehen. Oh, das ist super. Das war's für heute. Das ist eine Worteplätze. ich nehme es geht mal um das item da so stühle super star erhalten mehr städten allergie nachschauanlage eines partners ich glaube ich habe es gerade ein bisschen übersprungen wo man alles ausgegraut ist hier ist so was da aber das ist ein sterben punkt ok sieht das auch als stuhl ich ziehe es einfach mal mit 123 ohne hocker wäre es 24 5 6 sagen wir mal sechs ohne hocker sind es vier ohne großen wenn es auch zwei gut dann sage ich jetzt an dieser stelle dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal bei paper mario die legende vom millionentor bis dahin tschede lü